Ayo, was geht von Dike am Start von euch? Herzlich Willkommen zu einer neunten Folge von der ZBD4Speed Kaubo Reduxless, das ist nur so schnell geblieben Warte jetzt Ich habe in der letzten Folge auf jeden Fall, sage ich mal hier das eine Spezialrenda dieses Race Wars Ding gemacht War eine scheiß lange Strecke, muss man sagen und jetzt geht es langsam los hier Richtung, dass wir gegen, ja, Darius schießen und ich würde sagen wir beginnen direkt mit einem Rennen, wo wir glaube ich hier ein Mitsubishi Lancer und ein jeder schreibt mir den GTR frei Was kriege ich hier? Ein Königseck Okay Warte mal, da gab es glaube ich GTS Warte, irgendwo gab es ein Skyline R34 Aber wo Wo ist die Frage? Ja gut, scheiß drauf egal Wir springen einfach irgendwo rein Das passt schon Wir müssen eh erst mal diese ganzen Dinger da freischalten Ja Was? Niki hat das gemacht Was? Fahne Ich werde ein Krui, das ist Motiviert Ich werde Ich werde ich möchte die So, ich habe jetzt den Eclipse komplett aufs Maximal auch getunt. Also alles, was man so freischalten kann für den Wagen, haben wir jetzt auch. Das heißt, er läuft jetzt auf volle Power mehr oder weniger. So. Okay, nice. 234, Digga. Das ist einiges. So, komm, let's go. Watz. So ein bisschen aus, wenn nicht schlecht. Sehr schön. Ach, diese Kurven, Junge. Okay. Okay, nice Samson, das Erste. Okay. Wir müssen nicht unbedingt als Erster ins Ziel rein, aber... wenigstens knapp dahinter, der Samson wenigstens den ersten Platz behält. Scheiße, da habe ich zwar eine Abkürzung. Der wäre, glaube ich, nicht schlecht gekommen. Wir haben es geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Ah, das ist cool. Und bam, durchs Ziel. Super. Oh man, wir haben diese Leute, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Mhm. Ein Contage. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Cool, Darius. Kid and Boss. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das haben wir geschafft. Dann gehen wir direkt ins nächste Rennen. Was ist das? Das ist ein Sprint-Rennen. Was kriegen wir da? Ein Murcielago. Online Lamborghini. LP640. Warte, irgendwo muss das doch ein M3 GTA geben, oder? Nitrus, Tier 3, okay. Shellby GT500, Wild. Und Breaks. Affinity, okay, es ist Much. Lantle Continental ist auch nichts wichtiges. Porsche 911 Turbo. Engine Tier 3. Na komm. Was so der NX ist. NSX. R32, warte, lass mich ganz kurz gucken. GT3 RS. Okay, ein Königseck, CCX. Ein Chevrolet Camaro. Ein deutschen Challenger. Was kriegen wir hier? Transmission. Was kriegst du hier? Mitsubishi. Lancer. Ein Nissan GTR. Ein Lamborghini Galado. Und ein Pagani Sonder. Und ein Shelby GT500. Okay. Was kriegst du hier? Ein Ferrari F40. Nitro. Und hier kriegst du ein Nitro Boost. Ja gut. Egal, fahren wir einfach durch. Nein, das ist es. Okay, das ist es. Oh, das ist gut. Ist das der Lied? Ja. So. So. Die Huren und so. So. Sehr schön. Wenn die Bullen hier unterwegs sind, dann können wir hier auf entspannt. Das Rennfahren. Scheiße. Ah, ihr Hurensöhne, Bastard, Arschloch, Alter. Detailing Units, jetzt. Nice. Sehr schön. Perfekt. So, sind wir zurück. Zeit verschwindet für nix, Alter. So, Customization. Visuals. So, Painting. Wir machen ein anderes Painting. Wir machen mal... So, ich glaube, wir haben jetzt Matt bekommen. Wir gehen jetzt mal in Richtung Blau oder so. Türkis, irgendwie sowas. Machen wir mal so. Äh, Window. Nein. Specialist. Underglow. Blue. So. Das ist ein bisschen die Funnelstufe. Ich glaube, ich cutte auch die ganze Verwirrung. Das nackt auch raus. Macht doch gar... Ich mach gar keinen Sinn, die irgendwie drin zu lassen. So. Jump to Event. So. Now sieht aber auch fresh aus. Ah, piss dich. So. 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 Was ist eine Nase, liga? So. Wo ist deine Nase, liga? So? So. 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 So Enfin, wo ist das eine Nase? So, ich- So, ich- So, ich- So, jetzt mal hier rüber. So, jetzt mal hier. So, jetzt mal hier rüber. So, jetzt mal hier. So, jetzt mal hier. Super. So, jetzt noch den letzten checkpoint erreichen. So, jetzt mal hier. 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 ist richtig lang überholen tue ich ihn nicht aber oh mein gott das war knapp das krieg ich nicht gewachsen alles ok 250.000 müsste ich gut halten können warte der mich überholen ich habe nichts gesehen oh gott sehr schön sehr schön schön zurückhalten Einverzirkelten Nice, wild, wild, wild Nein Die Kurven an Zulem Oh shit Oh, pisse dich, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Na komm, zieh Nein, die Kurven, die Kurven sind zu heftig Die Kurven, die Kurven, die Kurven Scheiß, ich brauche eine Stufe 3 Fahrzeug langsam Ich brauche eine Stufe 3 Wagen Der Eclipse merkt man schon langsam, Digga Ist schon Verliert schon den Geist, Digga Verliert schon den Geist Verliert schon den Geist Komm, drück doch, Digga, drück doch einfach Mann Ja, die Kurven sind die Schlimmsten, Digga Ah fuck, das reicht nicht mehr, Digga Das reicht nicht mehr Nein, fuck off, ist mir egal Ist mir egal, Digga Sollen die übernehmen? Ich hab mich jetzt überhaupt nicht, älter Scheiß drauf, älter Wenn die machen, wenn die haben, ist mir egal Ach Ich brauche unbedingt einen Stufe 3 Wagen, komm Wir probieren es einfach mal aus Wenn Okay, ich hab ihn gekauft Yes So Jump the safe house Mal gucken, was wir hier so Customisieren können Nein Ah, wie ich es mir gedacht hab Wie ich es mir gedacht hab Hat noch gar nichts, Digga Man Ja gut, egal Mal ein bisschen was wenigstens Äh, Core Select, so Nein, nein, nein Nochmal, wir probieren es nochmal Äh Ah, ich weiß nicht, Digga, Mann Ja komm, Scheiß drauf Lass es nochmal probieren Kann ich das nicht, kann ich das nicht überspringen? Geht das nicht? Warum muss ich mir das angucken jetzt? Boah, gerade die Folge Triggered mich Übertriebenst Ja, das muss ich lagen, Bro, das ist halt kein langsames Auto Ah, die Kurven, Digga, die sind so gottlos Kurven sind so gottlos Du kommst nicht kurz und fass dich durch Das ist das Belastende Ah, du kommst durch die Kurven nicht durch Das ist wirklich, die Kurven sind so Zigeuner Das ist vom Fensten So eine Drecksstrecke So eine Drecksstrecke Halleluja Und jetzt in die Auto zu fahren macht das gar keinen Sinn Weil wir überhaupt keine Tuning-Teile finden haben Das ist das Beschissene Wir haben gar keine Tuning-Teile für den Gar keine Tuning-Teile Muss ich sagen, die Folge, die zieht sich extrem Halt auch sehr negativ gemeint Also es passiert in der Folge nicht wirklich viel So sind die wirklich weit gekommen Und jetzt in der Folge nicht Ja, das Driften war ne ganz blöde Idee. Am liebsten, dass wir einfach nicht einfach so von der Kante schubsen könnten. Das wären wir so am liebsten. Ja, das wäre so, dass wir es enden können. Du mal wichsen. Mann, die Kurven! Ja. Mann, geh, verpiss dich. Hurensohn, Alter. Rex-Kurven, Junge. Bastard-Strecke. Das reicht aber easy für den. So, wenn's mal klappt, let's go. Gattes Willen, ey. So, jetzt nächstes Rennen. Sprint-Rennen. Ist mir eigentlich egal, was ich falsch hatte. Ich will einfach nur hier hinfahren. So, jetzt ist es normal, wenn wir dann. So. Oh Gott. Typ 2 Typ 3 Typ 3 Typ 3 Typ 4 Typ 4 Typ 4 Typ 4 Typ 4 Typ 4 Das ist so cold, Bullion der Osten Läden Petrol east be advised, a possible code 6 suspect was just seen westbound, I need a unit to clear and head up that way. Any more details on that call? Suspect is in a blue Mitsubishi. You gotta drive a'svoter, yeah? Well the doctor says I need it. 37 from the NX, I should be there shortly, unless someone's close. Yes. Der Ende ist voller Geier reingefahren. Wo ist Samson, wenn man den mal braucht? Der Typ hinter mir ist ganz schön arm im Arsch. Es geht nicht. Let´s go. Interessert mich jetzt auch nicht, Digga Oh, 10 Kilometer, Digga Das ist der Canyon Spindern, finde ich am besten Einfach so, mir zu viert So Sehr schön Ah, super Ah, super So. Ja, Hesslands. So, komm, drück, Digga. Boah, die Strecken sind scheiße. Gut, so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, komm. Oh Gott. Wunderbar. Oh Gott. Boah, das war es. Oh mein Gott, das wäre jetzt fatal geworden. Der mich jetzt überholt. Heilig schlöße. So, was habe ich freigestellt? Okay, Nitrous. Oh, 50z, perfekt. Man, geht mir nicht auf den Sack mit diesen Drecks rennen, Alter. Das sollen die alles übernehmen, ist mir scheißegal. Warte, du bist mit mir. Okay, na gut, Jungs. Warte, gehen wir mal kurz mal nachgucken, ob da was, letztlich was getan hat. Nee, der Skyline ist irgendwie nicht vorhanden. Ich glaube, da kommt es später. Oder wir ein Gebiet, glaube ich, geschafft haben. Ist mir jetzt aber auch egal. Okay, Freunde, da verabschiede ich mich mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du besuchst, lasst gerne keinen Abonnenten. Wir sind es dann ja nächstes, wahrscheinlich auch in der letzten Folge. Bis dann, check dir mit so viel Zwiebeln. Und hau rein. Und hau rein.